Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über ein Jahr schon stellt die Corona-Pandemie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor enorme Herausforderungen. Nun gilt es für uns alle, wieder optimistisch nach vorne zu schauen. Wir Freie Wähler und ich als Teil davon, wir stehen für Vorsicht und Umsicht in dieser schweren Zeit. Wir brauchen aber auch Zuversicht, um so bald als möglich wieder aus dieser Krise herauszukommen und die Einschränkungen sukzessive zu lockern. Ich freue mich ganz persönlich, endlich wieder in einem meiner zahlreichen Lieblingsrestaurants der Genussregion Oberfranken die kulinarischen Köstlichkeiten genießen zu dürfen. Und ich freue mich schon lange auf einen Einkaufsbummel bei den heimischen Einzelhändlern, auf das Flair unserer Städte gemeinsam mit flanierenden Menschen aus nah und fern. Sehr am Herzen liegt mir auch die heimische Kunst- und Kulturszene. Sie hat ja die Corona-Krise besonders hart getroffen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf stimmungsvolle, emotionale Konzerterlebnisse, auf spannende Theatervorstellungen und interessante Vernissagen, auf ein Lebensgefühl voller Leichtigkeit und in Geselligkeit mit vertrauten Freunden. Haben wir noch etwas Geduld und Kraft, all die Dinge zu tun, um Schritt für Schritt in die Normalität zurückzukehren? Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Krise überwinden. Gemeinsam schaffen wir das. Ihr Rainer Ludwig